es ruckelt schon ein bisschen was aber es sind einfach nur 200 Einer hinten meine Freunde Let's go! Wir machen das! Hey meine Freunde herzlich willkommen zu einer neuen Folge ShearedWall ja wir sind heute kurz vor Ende der Kampagne ja wir haben fast ganz Europa eingenommen äh oder Germanien so das hier ist unsere Hauptmap heute wir starten bei B und müssen irgendwie zusehen dass wir hier A und F weghauen und gleichzeitig die drei Positionen halten A sieht richtig krass heftig aus wenn wir die Chance haben F einzunehmen oder halt A einzunehmen dann haben wir eine richtig gute Startposition so oder so könnte es glaube ich übel werden in der Mitte würden sich wahrscheinlich alle drum prügelen deswegen würde ich hier glaube ich mal zu C dann glaube ich runter gehen ja wir probieren das einfach mal aber wir stellen erstmal ein paar Soldaten her und keinen Verteidiger das ist immer gut so und dann gehen wir erstmal gucken oh haha falsche Seite rausgegangen halt stopp Männers wir müssen zurück andere Seite da ist schon die fette Festung warum fighten wir überhaupt gegeneinander verstehe ich gar nicht so was wir als erstes machen ist dass dass wir schneller spawnen so ok die verpieseln sich da wieder pass auf dann nehmen wir jetzt erstmal die ein und nur 15 Mann das ist schon verdammt wenig so wir gucken mal was hier so geht natürlich für alle die neu sind da könnt ihr gerne abonnieren um mich zu unterstützen so so jetzt haben wir das hier eingenommen jetzt können wir natürlich effe ein bisschen was auf den Sack gehen wir haben natürlich eine krasse Verteidigung sehe ich da gerade ne ok die kommen rausgerannt in die Mitte ah dann prügeln wir uns natürlich mit denen ne das macht nicht viel Sinn wir könnten aber die schon mal ein bisschen was abfacken und mal so einen kleinen Angriff auf die starten Tricks Männer ausweichen so ist gut immer weiter immer weiter immer weiter immer weiter keine macht den den blauen zing zing meine Freunde ja ja da fliegen sie alle komm Jungs knüppel drauf ich schaff das nein sie kommt von hinten das Tor kaputt schnell nur mehr Schaden als nein oh Gott sie rushen mich oh ich bin tot das war wohl nix Leute ok die baggen sich da auch selber dann fest ist ja kein Problem kriegen wir ihn kriegen wir ihn nicht so ein Stress hier machen ne die Einheiten Limit wurde erreicht Moment jetzt können wir nicht mehr raus hier oder was ne ihr Pisser geht weg von meinem Tor bis durch nein 100 ich musste irgendwie raus sag meine Freunde was geht ab ja zack 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 von hinten ja zack bam alle ja überrascht ne wir können nix hier Lappen was auch immer ich glaub das sind es gibt da bestimmt ne wir können nix jetzt haben wir ein Kacktor kaputt gemacht Manu ok wir bauen eindeutig eine kräftige Armee ich brauch Verstärkung ich muss Brutus anrufen nächsten Tag so meine Freunde Brutus hat Verstärkung geschickt ja da vorne weiß noch nicht ganz wohin mit sich aber Männer wir werden's machen wir werden's niederrushen folgt mir in den Kampf ja Angriff alle durchs Tor oh Gott ich hoffe das geht jetzt nicht schief da kommen sie schon rein alle rein da auf die auf die Männer ja zack zing zing haut ihn weg der Orangene wills immer wiedersehen aber nicht mit mir knüppelt sie alle nieder kommt Männer es strömt hinein Alter das sind zu viele oh da kommen immer noch mehr let's go meine Freunde oh da leben noch welche ja ok die habt ihr niedergerungen sehr gut auf irgendwer komm wir rushen blau keiner macht den blauen meine Freunde und Freundesfreunde wir sind hier zusammen gekommen Alter das ist eine lange Schlange das hört nicht mehr auf wir regeln das wie richtige Römer einfach mit Masse Masse statt Klasse sag ich euch das ist immer oh blau hat sich festgegangen das ist aber nicht schlimm ja so die rennen wieder zurück in ihr Kabuff oh Alter Freunde komm schon ich fuhr drauf da zack hau den weg oh ich fuhr weggehauen warte mal das sind doch auch Römer Leute wieso kämpfen die gegeneinander seid ihr doof das war bestimmt Verräterus ich wusste das Verräterus ein Verräter ist guck mal das wir machen das das geht so gar nicht das geht so gar nicht die da oben hauen wir weg die Leute wir müssen noch gegen die bösen Ägypter kämpfen gegen Cleopatra oh hat hier wieder 15 HP das ist jetzt gar nicht mal so gut komm Jungs guck mal rein da geh mal ruf nicht Schlange stehen knüppeln fuck ey ich fühle ich nicht mehr viel HP das ist gar nicht mal so gut das das Ergebnis hier gerade guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal ich bin tot da ist doch wir jetzt alle verrückt das darf ich was oh hier ist hier sind Männer wir werden gerusht meine Freunde das geht so gar nicht zack durch die Lücke durch oh und keine mehr troffen so die müssen wir erstmal zurück pressen Alter wir brauchen wieder deutlich mehr Verteidiger ich hab mir gar keine Verteidiger habe ich das Gefühl das ist sehr beschissen so aber wir haben auch sehr starke Verluste erlitten als wir das Tor kaputt machen mussten das ist natürlich nicht zu unterschätzen ich frag mich ja wie groß die Armee werden kann ohne dass das Spiel crasht oh Junge Günther wo bist du denn her gekommen komm wir machen das auf zum Verräterus so das Tor wird noch repariert nicht holen Eingriff komm rein da oh der hat schon Legionäre meine Freunde hat ja der spawnt die aber unfassbar schnell gell hat ja der spawnt die aber unfassbar schnell gell gerade Leute 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 ich bin auch euer Friend hey ich kann auch nichts dafür wenn Verräterus so assi ist scheiße scheiße guck mal die stehen hier alle die warten hier noch auf ja zack 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 der kann nix aber ich bin tot scheiße okay wir haben zu krasse Einheiten da müssen wir gegen angehen ich brauche Legionäre bin gespannt wie viele Einheiten ich jetzt herstellen kann boah es ruckelt schon ein bisschen besser aber es sind einfach nur über 200 Einer hinten meine Freunde let's go wir machen das keine Schnitte haben die mehr boah das alter das ruckelt aber minimal hart Junge ich komm da hinten immer noch raus da hinten geh wieder das wird niemals du gute Idee werden die werden sowas dann hart überrannt halt stopp im Moment oh mein Gott kommt Jungs die sind da hinten immer noch am laufen da fliegen sie kommt meine Freunde alter es ruckelt ich hab vielleicht lass es mal noch so 30 FPS sein aber Jungs wir machen das warte ich muss mal was gegen Schaden machen auf lasst sie warten wartet auf den richtigen Moment und jetzt jetzt oh Junge Leute nicht haben wir den vorbeirennen Ruf da. Ich muss hier mal kurz ein bisschen was verteidigen. Das sind so viele. Jürgen, wo kommt die her? Krank. Schildkrötenformation, meine Freunde. Da, wer will wieder rein? Alter, ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin gefangen. Das große Tor. Alter, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich wurde überrannt. Hilfe, wo bin ich? Lass den König raus. Alter, Alter. Guckt euch das an. Junge, das sind Massen, die da vorne vor der Tür stehen. Ich dürfte natürlich nicht sterben. Das ist natürlich eine miese Brise, aber... Boah, wir haben nur da zehn Leute getroffen. Kommt, Jungs. Wir müssen alle da durch, bevor das Tor wieder aufgebaut wird. Komm, ich schmeiß schon einen Speer. Zack, ich sehe nichts. Oh Gott, was ist das hier? Oh Gott, wer das? Jawohl. Können wir euch. Da. Lebt sie alle mit. Ich hole mal die Mitte. Kommt, meine Freunde, alle hier hoch. Da, den machen wir weg. Zack, zack, zack. Wir können nichts. Da, noch mehr Angriff. Da, wir können ja so zwölf Sekunden Angriff machen. Guckt, meine Freunde, alle in die Mitte. Na toll, als ob die den jetzt getroffen haben. Kommt, Leute, da oben. Huch da. Pushen. Perfekt. Und die da oben, der letzten. Da haben wir die Macht geholt. Und alle niedergerungen. Wir hatten mal kurz, ähm... Richtig krasses Minus. Worüber das geht. Ja. Das war doch mal eine geile Runde. Schreibt es gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ob ihr mehr sehen wollt oder nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Schlacht wieder. Bis dahin. Ciao.